Hi, wir sind die Pacer, eine Laufgruppe aus Nordrhein-Westfalen. Wir haben uns im Corona-Jahr 2020 zusammengefunden und sind insgesamt elf Lauf-Buddies aus NRW, die spezialisiert darauf sind, Motivation, Tipps und Lauf-Content in die Laufszene zu verbreiten. Wir würden uns freuen, wenn du mal bei unseren Kanälen, sei es auf unserer Website, auf unserem coolen Lauf-Blog oder bei Instagram, wo du in regelmäßigen Abständen immer richtig coolen Insight-Tipps, Erfahrungsberichte, diverse Trainingseinheiten mit an die Hand bekommst. Und ich glaube, da ist auf jeden Fall was für dich dabei. Wir würden uns freuen und schau doch gerne mal vorbei.